Hallo, hallo und willkommen zu Happy Wheels. Ja, wuhu, wir spielen ein Level für mich. Gestern kam kein zweites Video, weil ich gestern den ganzen Tag bzw. Abend bei Shock Infinite gespielt habe, weil ich gedacht habe, das muss ich auch mal spielen, weil das hatte ja damals eine richtig gute Bewertung. Ich habe es irgendwie nie gespielt, obwohl ich es vorhat. Und jetzt habe ich das gemacht und jetzt spielen wir Happy Wheels. Level für mich. Maudado Einbruch. Bis jetzt bin ich mal nur ausgebrochen, oder? Von 0, 3, 0, 0, 0, 0. Hallo Maudado und andere. Sie mit Kolon, großes D. Punkt. Okay, ich lasse es. Aufgabe. Brich in das Haus ein. Drücken und hol dir die heilige Rorte, damit man sie nicht verspeist. Viel Glück. PS. Grüß doch bitte Zombie und alle andere, die gerne gegrüßt werden. Ja, ich grüße alle, die gerne gegrüßt werden. Und Zombie. Und alle, die nicht gerne gegrüßt werden. Und alle, denen auch egal ist, ob sie gegrüßt werden oder nicht. Also habe ich wieder schlussendlich alle Menschen gegrüßt und damit wäre mein Tagesweg gut gemacht. Oh, Sterne. Steine und Sterne. Und ich merke gerade, das Spiel ist zu laut. Deswegen, es skaliert für euch einfach leiser. Und ich ertrag das einfach. Oh Gott, meine Ohren. Au. Ah. Ich habe es noch voller Lautstärke und dann ist immer alles richtig laut. Okay, das ist ein Abgrund. Müssen wir wahrscheinlich rüberspringen. Uh. Oder auch nicht. Okay. Okay. Einfach geradeaus. Nach vorne drücken. Ach so, das war gemeint in der Beschreibung. Äh, Pfeil drücken war damit gemeint. Und da ist die große Orange. Langsam. Okay. Shift. Shift. Ach nein. Jetzt muss ich es greifen, oder? Nein. Nein. Ich wollte da das Seil greifen und nicht mein Segway wieder. Ach man. Hätte ich doch nur mein Segway gehabt. Oh. Schöner Blumentopf. Okay. Das sieht schon mal ungesund aus. Ich würde gerne mich kurieren. Ich würde mich gerne kurieren. Warte. Kann ich mich da so direkt reinlehnen? Oh Gott. Oh Gott, mein Kopf. Oh Gott. Komme ich ans Seil? Komm, ich will ans Seil. Komm, bitte. Ach man. Da habe ich mich kaputt gemacht. Das sieht nicht gesund aus. Ach man. Fahrt kein Segway. Das ist gefährlich. Dann verbiegt ihr euch plötzlich und dann ist alles vorbei. Ähm. So. Die Rorte haben wir. Was sollten wir mit ihr entkommen? So, warte. Ich mache jetzt hier direkt Shift. Ähm. Und dann. Ach man. Nein, das ist gar nicht Shift. Ich habe Z gedrückt. Z ist loslassen. Da Shift gemeint. Soll ich da jetzt reinfahren? Okay. Wir sind noch heile. Oder echt hier so? Weil ich wüsste nicht. Nein. 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 Warte. Wir können das noch. Wir können das noch schaffen. Komm her, Seil. Komm her. Ich weiß, dass du her willst. Nein. Komm doch näher. Warte. Z. Nein. Verdammt. Okay. Wisst ihr was? Das steht zwar langsam, aber da werde ich mich gar nicht dran halten. Ich werde die Geschwindigkeitsüberschreitung brechen. Ja genau. Was noch zu Dings? Ich habe ja Bioshock Infinite dann durchgespielt, sagen kann. Die Welt und alles fand ich echt schön, muss ich sagen. War ein echt gutes Spiel. Ach, ich wollte dagegen springen. Jetzt habe ich es vergessen. Aber das Gameplay war an manchen Stellen doch extrem eiltönig. Oh. Oh, oh. Okay. Wenn wir im richtigen Moment loslassen und wieder das Seil greifen. Ja. Ja. Und jetzt. Nein. Loslassen. Ach, wann. Mit der Rohrschlussung kommen wir es echt nicht da. Ich muss nicht sagen. Osof Touretten stellt sich schwerer heraus. Nein. Ach, das ist schon wieder verloren. Dafür biege ich mich nur wieder. Mach ich mich krumm. Los, Osof. Jetzt stell dich nicht so an. Warum nehmen wir einfach nicht die Ausgangstür? Oder ist sie abgeschlossen? Ja, klar ist sie. Obwohl. Von innen? Wer weiß. Okay. Okay, wir machen einfach nochmal hier die... Ich hau mich einfach weg-Taktik. Z, Z, Z. Ich hab doch Z gedrückt. Ach, Mann. Blüter Segway. Ach, das ist schon wieder ein guter Anfang, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit in diesem Level feststecken. Und da werden sich wieder Leute in den Kommentaren beschweren. Warum ich nicht einfach das Level überspringe? Ich meine, ich bin hier schon vier Minuten drin. Äh, zur Story von Bioshock Infinite kann ich eigentlich nichts sagen. Weil ich niemanden spoilern kann. Aber es waren ein paar Sachen drin. Die fand ich komisch. Aber ansonsten war es echt atmosphärisch. Vor allem zwischendrin. Aber mehr sagt man ja nicht. Nein, ich hätte es greifen können. Leute, wir schaffen das noch. Komm schon. Segway, geh aus dem Weg. Warte. Segway? Segway? Ich... Boah, ich drücke hier durch. Z. Okay, hat nicht funktioniert. Okay. Leute, noch drei Versuche. Noch drei Versuche. Dann skippen wir das Level. Es tut mir echt leid, aber ich bin zu dumm dafür. Z. Okay, ich hab's halbwegs gekriegt. Aber ich muss es ganz unten greifen. Und irgendwie schaffe ich das gar nicht. Warte, wir versuchen es nochmal nach Anleitung. Oh, okay. Halten wir die Anleitung ein. Vor allem, jetzt haben wir ein Bein verloren. Jetzt ist alles einfacher. Wir drücken Shift. Und fahren da rein. So. Und jetzt drücke ich Z. Und was ist an dieses Seil gekommen? Mein Kopf? Ich hab doch Shift gedrückt. Dann kann das doch gar nicht passieren, oder? Oh. Ach, vielleicht hätte ich kein Bein verlieren dürfen, damit es funktioniert. So, ich drück jetzt Shift und Z gleichzeitig. Ja, Shift und Z gleichzeitig. Ach, ich dussel. So. Okay. SCR geht. Und drücken Shift zum Aufrecht stehen. So, dann drück ich jetzt Shift. Fahren davor. Schön rein. Achtung, langsam. Und jetzt Z. Nein. Warum? Warum? Ach, Mann. Okay, Leute. Ich hab zwar gesagt, nur noch drei Versuche. Aber ich hab gelogen. So, da rein. Shift. Z. Nein. Ach, mein Gott. Z. Shift. Aber der eine Arm geht da nicht so weit. Und dann liegt es daran, dass mein Bein defekt ist. Guck mal, mein Bein hebt sich so hoch und der andere Arm, deswegen glaube ich auch. Heißt, ich brauch beide Beine. Okay, dann drücken wir hier STRG, um die Beine zu behalten. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich hab doch zwischendrin alle meine... Ich drücke einfach nichts, um meine Beine zu behalten, okay? Hat funktioniert. Nichts drücken ist anscheinend die beste Lösung. So, jetzt hab ich beide Beine. Und mit beiden Beinen. Dürfte es doch auch so... nicht funktionieren. Oh mein Gott, das rastet komplett aus. Okay, okay, Leute. Letzter Versuch. Ich will doch Brusthaft retten. Ich will ihn doch retten. Und alles ist so laut. Leider, der zählt nicht. Der zählt nicht. Und letzter Versuch meine ich, dass ich auch den Sprung versuchen will. Und zwar... So, ja! Bist du die Unendlichkeit? Geht's da weiter? Oder ist er nur Verzierung wartet? Eigentlich kann ich's ja nicht überleben, aber mit ganzen Segway eigentlich schon. Dann versuchen wir's mal mit Segway. Und vor allem, wenn wir zu verbogen sind, erhöht das vielleicht unsere Überlebenschance. So. Okay, Leute. Wir leben, wir leben und wir fahren. Okay, aber da geht's nicht weiter. Würde ich sagen, Exit to Menu und nächstes Level. Spiel mir Zombies. Nee. Maudado, versuch das mal. Builders Game TTT. Hallo Maudado, du musst alle Münzen sammeln. Kannst du bitte Luanes und mal grüßen? Ich hab doch schon alle gegrüßt. Die waren dabei. Ach, Mann. Hallo Maudado, überlebe das und sammle alle Münzen. Boah, wenn's weiter nix ist. Nur die paar Münzen. Also das sieht mir möglich aus, muss ich sagen. Maudado Zombies. Prüfung. Hallo Maudado und andere, ich werde aus dem hier wahrscheinlich eine Reihe machen. Von Level machen, jedes Mongo Clan Mitglied. Grüße doch. Nächstes Mal bitte irgendjemanden, den du gerne grüßen möchtest. Dann grüße ich gerne Ursaft. Ja, und wir nehmen den Fahrertypen. Besteht Zombies Prüfung. Du schaffst das. Oh, okay. Dann fahren wir einfach so schnell wie können. Zombies, wuhu. Gonzo. Oh, okay. Das ist eine Prüfung. Na gut, dann machen wir jetzt einfach nochmal. Wir müssen echt so schnell sein wie möglich. Oder zwischendrin stehen bleiben. Aber einfach so schnell wie möglich geht auch. Und das ist echt laut in meinen Ohren. Trollswing von 1GLP Faker 1 4 1 1. Es ist eine Demo. Nein, nein, nein. Wenn es eine Demo ist, dann weiß ich ja nicht. Ich will ja die Endversion spielen. Ach komm, machen wir es trotzdem. Jetzt habe ich schon angefangen. Ich muss sagen, zum Beispiel Spiel. Ich weiß nicht. Obwohl, eine Demo ist ja vom fertigen Spiel ein Teil. Heißt, er hat es ja schon fertig, oder? Oder ist es eine Early Access Demo? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall wurden wir da schon hart getrollt. Jetzt werden wir wahrscheinlich einfach gegen eine Wand geschossen und sterben. Nein. Schon dann gewinnen einfach. Okay. Ja, wohl ich aber hier gegommemodet. Kreise. Ach, das ist eigentlich auch nichts, was ich haben will in Happy Wheels. Nee, ich weiß nicht. Early Access Spiele finde ich mittlerweile auch richtig doof, weil sie... Man spielt das Spiel halt schon, bevor es fertig ist. Und dadurch ist das Endspiel für einen dann nicht mehr so gut. Okay, ich nehme an. Ich ziehe mich hier hoch, dann hier hoch und dann wechsle ich da hin. Und dann rolle ich da hoch oder verliere einfach meinen Arm. Okay, Leute. Ohne Arme tut es nichts. Es ist nicht gut bei solchen Sachen. So, okay. Dann hier fest. Dann da fest. Oh, diesmal mit beiden Armen. Sieht gut aus. Dann denke ich einfach darüber wollen, oder? Oder auch festheben. Oder auch nichts. Okay. Ich habe auf jeden Fall die Bälle überwunden. Haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Und wir haben auch schon 10 Minuten. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank für's zu sehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.